Ich war lediglich eine Viertelstunde fort gewesen, um am frühen Morgen heimlich eine Kaffeepause einzulegen. Bei meiner Rückkehr hatte sich die Panik wie ein Lauffeuer im Büro ausgebreitet. James, was ist hier los? fragte ich, mehr irritiert als alarmiert. Er brauchte nicht zu antworten. Stattdessen deutete er nur auf die Fenster. Sie waren mit schwarzem, halbtransparenten Plastik verkleidet und schlossen uns von der Außenwelt ab. Die Seuchenschutzbehörde hat uns hier eingesperrt. Offenbar ist jemand infiziert. Meinte er halb fragend, halb erklärend. Vor einer Stunde hatten wir alle ein von der Firma spendiertes Bagel-Frühstück genossen. Die Stimmung war ausgelassen und wir waren bereit zu arbeiten. Jetzt aber waren wir plötzlich buchstäblich Gefangene. Durch das Plastik hindurch konnten wir sehen, wie bewaffnetes Wachpersonal im Gebäude patrouillierte. Alle trugen schwarze Uniformen und Gasmasken. Sie können uns doch nicht einfach ohne Vorwarnung hier einsperren. Habt ihr die Polizei gerufen? fragte ich meinen Kollegen. Dieser nickte. Ja, alle Anrufe werden einfach an deren Büro weitergeleitet. Scheiße, Mann. Meine Frau ist krank zu Hause. Ich kann doch hier nicht eingesperrt werden. Während wir spekulierten, bat unser Vorgesetzter uns in den Besprechungsraum. Hör zu, ich hab gerade mit dem Leiter gesprochen. Sie werden die Situation eindämmen und uns herauslassen. Sobald wir wissen, ist das alles ein großes Missverständnis. Ich habe hier seit Wochen keinen einzigen Schnupfen mehr gesehen. Erklärte er und täuschte eindeutig Zweckoptimismus vor. Aber wenn ihr euch krank fühlt oder jemand mit Symptomen seht, sagt uns bitte Bescheid. Was folgte, war eine Flut von Fragen und Protesten. Aber es war eine vergebliche Mühe. Egal, wie sehr wir auch nach draußen wollten, wir konnten nicht einmal durch die Tür gehen, geschweige denn, gegen eine gepanzerte Truppe vorgehen. Sie fingen an, die Köpfe zu zählen und merkten schnell, dass einer von uns verschwunden war. Hat jemand Leonard gesehen? fragte der Chef. Er ist vor einer Stunde auf die Toilette gegangen, berichtete James. Ich werde, ich werde nach ihm sehen. Ich schloss mich an und wir beide machten uns auf den Weg, um nach Leonard zu suchen. Als wir die Badezimmertür öffneten, schlug uns sofort ein metallischer Gestank entgegen. Mir wurde fast kurz übel, als ich ihn in einer Lache seines eigenen Blutes sitzen sah, während er sich an ein Küchenmesser klammerte. Ich habe versucht, sie herauszuholen. Aber es sind zu viele, versuchte Leonard kraftlos zu erklären. Er hatte Teile seines eigenen Arms abgetrennt und auf den Boden verteilt. Wir stürzten uns auf ihn, um ihm das Messer wegzunehmen. Und dabei bemerkte ich lange, dünne Fetzen, die eine Ähnlichkeit von Würmern aufwiesen, welche den Boden überzogen. Nein, hört auf, ich muss sie herausschneiden. Ihr bringt mich um! schrie er in Protest. Was ist das? stotterte ich. Würmer? fragte James. Auf den ersten Blick sahen sie tatsächlich so aus. Doch nach einem Moment dämmerte mir, dass es sich bei den Dingen, die Leonard herausgeschnitten hatte, um seine eigenen Venen handelte. Ich muss sie herausholen, schluchzte Leonard in seiner Manie. Ich versuchte meinen Gürtel, um seinen verwundeten Arm zu wickeln, um eine behilfsmäßige Aderpresse anzulegen. Leider hielt der Verband nicht, und bevor wir eine Chance hatten, seine stark blutenden Gliedmaßen zu stoppen, verstarb er am Blutverlust und des auftretenden Schocks seiner Verletzungen. Wir hatten nicht einmal Zeit, die Situation zu verdauen, bevor wir von einem entsetzlichen Schrei unterbrochen wurden. Wir eilten zurück ins Büro und mussten mit ansehen, wie einer unserer Kolleginnen verzweifelt versuchte, die Glastür einzuschlagen. Nachdem sie ein ausreichend großes Loch geschlagen hatte, zerrte sie ihre Arme durch die Tür und riss sie in Fetzen. Wir haben sie nicht mehr rechtzeitig retten können. Nach und nach verfielen die Büroangestellten dem Wahn. Jeder bettelte darum, die vermeintlichen Würmer in seinem Inneren zu entfernen. Wir fesselten diejenigen, die wir konnten, aber da immer wieder Leute dem gleichen Schicksal zum Opfer fielen, konnten wir nichts anderes tun, als uns zu verstecken. Von unserem Büro aus sahen wir zu, wie sich die Betroffenen ihr eigenes Fleisch abschnitten. Sie rissen sich Arterien, Sehnen und Nerven heraus und starben rasch am Blutverlust. Wir konnten die ganze Zeit nur zusehen. Am nächsten Morgen war mehr als die Hälfte des Personals dem selbst zugefügten Wunden erlegen. Keiner von uns wagte es einzugreifen, um nicht selbst von der Psychose befallen zu werden. Um 10 Uhr 42 meldete sich die Seuchenschutzbehörde endlich wieder bei uns. Man hatte in der ganzen Stadt sieben Infektionsherde ausgemacht. Die Krankheit, die schwere Psychosen verursacht, indem sie das Gehirn buchstäblich vernichtet, wird vermutlich durch schnell wirkende Prionen verursacht. Sie stammen allesamt von Fleisch, das in einer örtlichen Patisserie gekauft, die sich auf Bagels spezialisiert hat. Ein Heilmittel gibt es nicht, aber die Seuchenschutzbehörde hat versprochen, uns freizulassen, sobald die Infektion eingedämmt ist. Wenigstens dürfen wir unsere Angehörigen kontaktieren. Leider glaube ich nicht, dass ich es hier rausschaffen werde. Erst vor einer Stunde begann meine Haut zu jucken. Zuerst habe ich es einfach ignoriert. Aber dann spürte ich, wie die Dinger unter meiner Haut krabbelten. Es tut weh und ich kann es nicht mehr länger ignorieren. Unaufhörlich, pulsierend, quälend, Würmer, die gehören nicht dazu. Ich, ich muss diese Dinger aus mir herausbekommen. Koste es, was es wolle. Steve und ich stehen jeden Tag an der Bushaltestelle und warten auf unseren Bus. Doch in letzter Zeit verhält sich Steve irgendwie seltsam. Er ist ruhiger geworden, mehr in sich gekehrt als sonst. Und so langsam frage ich mich, ob alles in Ordnung ist bei ihm. Vielleicht hat er wieder einmal Stress zu Hause. Kann gut sein. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darauf ansprechen soll. Weil, ich weiß, dass Steve nicht gerne über das, was bei ihm zu Hause abgeht, redet und es ihm unangenehm ist. Er spricht eigentlich nie davon. Ich höre es nur manchmal, wenn wir abends zusammen online zocken. Und Steve dabei vergisst, sein Mikrofon stumm zu schalten, wenn er gerade nicht am PC ist. Warum guckst du immer dorthin? fragte ich meinen Kumpel also und stupste ihn sanft mit dem Ellenbogen an. Wohin? meinte er nur ohne den Blick abzuwenden. Ich rückte Steve etwas mehr auf die Pelle und streckte die Hand in die besagte Richtung aus. Na dahin! Ich zeigte auf den großen Baum, der auf der anderen Straßenseite in die Höhe wucherte und der bereits vom Herbst gezeichnet ist. Er sieht mich an, sagte Steve beiläufig, aber mit einem komischen Unterton in der Stimme. Ich buxiere fragend die Augenbrauen nach oben und schaue meinen Kumpel leicht verdattert an. Der Baum sieht dich an, fragte ich noch mal ungläubig nach. Steve schüttelte den Kopf. Nicht der Baum! Mein Kumpel streckt seine Finger aus und als ich ihn folge, sehe ich nur diesen blöden Baum. Viel mehr ist dort nicht. Ein Baum und dahinter ein Feld und ein paar Strommasten. Dort ist nichts! Der Rabe! Dort zwischen den Ästen unterbricht mich Steve als ich meine Augen zusammenkneife, erspähe ich doch tatsächlich ein schwarzes Federvieh. Der Rabe sitzt leicht verborgen zwischen den bunten Blättern auf einem knorrigen Ass und es machte wirklich den Anschein, dass der Vogel in unsere Richtung guckte. Oh, sagte ich und fügte ein, der ist mir noch gar nicht aufgefallen hinzu. Ja, ganz offensichtlich ist er mir nicht aufgefallen, sonst hätte ich mir den Kommentar mit dem Baum natürlich sparen können. Er beobachtet mich schon eine Weile, flüsterte Steve plötzlich. Seit ein paar Tagen, fünf, um genau zu sein. Der Vogel beobachtet dich seit fünf Tagen, wiederholte ich skeptisch und versuchte mich gleichzeitig daran zu erinnern, seit wann Steve genau sich so komisch verhält. Wahrscheinlich seit fünf Tagen. Könnte hinkommen, obwohl da ein Wochenende dazwischen liegt. Vielleicht hat er dort sein Nest, schlussfolgerte ich und klopfte Steve auf die linke Schulter. Mein Kumpel nickte nur und gibt ein leises Ja? Ja, vielleicht. Von sich. Mehr bekomme ich nicht mehr aus Steve heraus, da der Bus heranrollt und wir uns verabschieden und erst am nächsten Tag auch wiedersehen. Es sei denn, wir zocken heute Abend online. Doch irgendetwas sagt mir, dass Steve auch heute Nacht wieder absagen wird, so wie die letzten Tage schon. Am nächsten Tag. Meine Vermutung von gestern hat sich bestätigt. Wie jeden Abend habe ich Steve eine Nachricht geschrieben und ihn gefragt, ob er zocken mag. Es kam keine Rückmeldung von ihm und nun stehen wir wieder an der Bushaltestelle und Steve starrt wortlos geradeaus. Zu der gleichen Stelle wie gestern und wie gestern entdeckte ich das schwarze Federvieh zwischen den Blättern und wieder wirkte es so, als würde uns dieser Vogel beobachten. Steve, sag mal, ist alles in Ordnung bei dir? fragte ich vorsichtig. Dabei musterte ich meinen Kumpel unauffällig von der Seite. Steve sieht eigentlich aus wie immer. Die Haare leicht zerzaust, die Klamotten etwas schmuddelig und unter den müden Augen zeichnen sich dunkle Schatten ab. Nichts Ungewöhnliches bei Steve. Dennoch verhält er sich heute wieder so anders, so komisch, so gar nicht Steve-typisch. Er beobachtet mich, erwiderte Steve auf meine Frage und gerade als ich etwas darauf antworten will, kommt mir mein Kumpel zuvor. Ich glaube, er wird mich bald holen. Wie jetzt? Der Vogel oder was? platzte es aus mir heraus und obwohl ich nicht will, kann ich mir ein Lachen nicht verkneifen. Alter, bist du irgendwie drauf oder so? Steve schüttelte bloß den Kopf und blickte weiterhin starr geradeaus, während das blöde Federvieh es ihm gleichtut und zurückglotzt. Irgendein Impuls bringt mich dazu, mich in Steves Sichtfeld zu stellen, doch statt mich anzusehen, wirkte es, als würde Steve glatt durch mich hindurchsehen, als wäre ich gar nicht da. All meine weiteren Versuche, Steves Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen oder mit Steve ein vernünftiges Gespräch zu führen, scheitern. Irgendwann kommt der Bus und wir gehen getrennte Wege. Der übernächste Tag. Ich habe Steve gestern nicht gefragt, ob er mit mir zocken möchte und heute stehe ich allein an der Bushaltestelle. Steve ist nicht da und als ich auf die andere Straßenseite blickte, fehlt auch von dem schwarzen Federvieh jegliche Spur. Die verschwunden. Ich schreibe Steve eine Nachricht, rufe sogar bei ihm zu Hause an. Doch auch nach etlichen Versuchen geht keiner ran. Ein paar Tage später. Das nächste Mal, als ich den Raben wieder sah, ist an Steves Beerdigung. Das schwarze Federvieh sitzt auf einem der Grabsteine und sieht mich an. Ich starre zurück. Und auch, als Steve's kleine Schwester Susan neben mir in Tränen ausbricht, kann ich nicht anders, als diesen blöden Vogel anzustarren. Da ist etwas in seinem Blick. Ich sehe es jetzt auch. Ich spüre es sogar ganz deutlich. Ich glaube, er hat Steve geholt und die kleine Susan ist als nächstes dran.